Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Na komm. Was ist das denn das? Ich bin da mit dem Fried. Wir werden mal auf die Bilder einladen, also du und ich, wir können das jetzt mal ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und sonst so? Oh Mann, oh Mann, aber das ist nicht schlimm. Er reicht, wenn ich für uns beide denke, du musst nur mit dem draussen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder?